So, moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Tunic. In der letzten Folge, die sehr kurz war, gebe ich zu, habe ich euch nur den Bosskampf gezeigt, weil ich fand, der war auch sehr tricky und ich hoffe, den einen oder anderen hat es gefallen und hat es ihm auch geholfen beim Kampf gegen diese sechs Freaks. So, wir waren hier drin und haben uns unsere Ausdauer wieder geholt, wie ihr sehen könnt. Jetzt, ja, können wir eigentlich auch noch woanders hinkommen? Joa, können wir, ne? So. Gucken wir, wo das dahin geht. Ah, da ist auch eine Treppe. Ne, hier gibt es nur, halt. Okay, mehr gibt es hier nicht. Ja, wir müssen aber hier wieder zurück. Ich weiß nicht, welchen Weg es hier noch gibt, aber wir können hier unten ja auch längs gehen. Und wie ihr gesehen habt, haben wir die Ausdauer wiederbekommen in diesem anderen Element und eventuell, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch noch weitere Sachen finden können. Warte, von hier sind wir doch gekommen, ne? Genau, da müssen wir wieder raus. Jetzt können wir unsere anderen Elemente bestimmt auch noch bekommen, wie zum Beispiel unser Leben, unser... Ja, was sagt man denn da noch? Das haben wir noch da. Unsere Magie. Also alles, was es so gibt. Ich muss hier nochmal hoch. Ich habe, glaube ich, gesehen, wo wir längs müssen und habe es einfach nicht verwagert. Aber wir können ja jetzt über die Treppen jumpen. Hier ist das, dass ich kann ja direkt darüber, oder? Ja, perfekt. So. Wir testen mal, wo wir hinkommen. Hier geht es nicht längs. Okay. Gut, hier gibt es nicht so viel zu sehen, anscheinend. Dann gehen wir in diese Richtung. Dieser Sprung ist ganz cool eigentlich, muss ich zugeben. Weil wir richtig weit kommen, wie man sieht. Da geht es nicht längs. Da auch nicht. Okay, also hier kommen wir nicht so viel weiter. Hä? Warte mal, es muss ja hier irgendwo weiter gehen. Guck mal, warte mal. Was haben wir hier übersehen? Guck mal, ich kann hier raufhüpfen. Das sieht man aber auch ein bisschen komisch aus, ne? Ich kann theoretisch, ach so, es ist wie so ein Sprung. Okay. Okay. Zumindest kann man hier speichern, wenn wir runterkommen würden. Hä? Macht das überhaupt keinen Sinn für mich gerade? Hm. Also hier geht es anscheinend auch nicht längs. Also, wo geht es denn hier weiter? Leute, wo geht es denn hier weiter? Hier, ach so, und dann da rüber, oder was? Das bringt mir ja auch nichts. Hä? Hier längs? Also irgendwie ist das hier ein bisschen komisch. Also ich habe keine Ahnung, wo wir hier längs kommen. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass man hier längs laufen muss. Oder? Hier ist noch eine Truhe. Ach, hier kann ich hochkleidern. Ach, warte mal. Jetzt macht es wieder Sinn. So. Jetzt können wir hier längs. Okay. Ich habe hier noch eine Kiste. Einkaufen können wir auf jeden Fall hier auch nochmal. Mal da rüber. Es gibt ja noch andere Stellen. Die haben wir jetzt leider nicht markiert. Äh. Okay. Können wir es hier schon machen? Hier nicht. Es gibt auf jeden Fall andere Stellen, wo wir noch hin können. Gucken wir uns das mal an. Okay, die mit dem Schwert. Datenverwaltung, fortfahren, neue Spieltuning, Optionen. Okay. Wir können ja auch ganz schön durch die Gegend eiern jetzt hier, ne? Hat das schon aufgemacht? Ne. Oh, noch eine Münze. Die müssen auf jeden Fall nochmal einen Brunnen finden. Ich glaube, jetzt haben wir drei Münzen langsam. Gucken wir uns das mal an. Hüter, Gewölbewächter, die etwas Magie kennet haben. Kerzen können gelöscht werden. Okay, ja. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Denn da kriegen wir unsere Fähigkeiten wieder. Ich weiß noch nicht mal genau, wo die sind. Aber wir werden die schon alle finden wieder. Irgendwie. Hoffe ich. Gut, hier geht es auch längs. Hat sie was zu erzählen? Ne. Nicht so viel zumindest. Guck mal, jetzt können wir uns doch da hin. Flattern, oder? Na, guck mal. Normal. Okay. Es gibt noch irgendwas mit der Superpower oder sowas. Ist das ein Weg? Unten, rechts, oben, links, oben, rechts. Heiliges Kreuz. Aber wo ist er denn da? Ich sehe das gerade nicht. Guck mal, da kann man sehen, dass wir unsere Sachen wiederholen können. Aber wo ist denn das? Könnt ihr das sehen? Ich weiß das gerade nicht. Ist ja vor diesem Tor da. Na, guck mal. Was ist denn hier passiert? Mhm. Mahalo sagen. Mahalo. War schon. Ich finde diesen Blitz ziemlich cool. Auch weil ich hier einfach durchblitzen kann. Das ist ziemlich cool. Ziemlich cool, muss man sagen. Müssen gucken, ob wir die anderen Stellen noch finden, wo wir die anderen Sachen gefunden haben. Ich weiß nicht mehr genau, wo das alles ist, leider. Kann mich nicht mehr daran erinnern. Gärten, ja. Ja, ich weiß, überall war was. Nun gut. Wir müssen uns unsere Karte mal angucken, vielleicht. Oh, eine kurze Karte. Da. Wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Wenn die Karte aktuell ist? Der Westgarten. Da können wir auf jeden Fall hin. Da unten sind wir. Wir können auf jeden Fall zum Westgarten gehen. Das lassen wir uns das mal machen. Denn da weiß ich ungefähr... Beziehungsweise da oben, ne? Wir müssen auf jeden Fall hoch. Das ist das falsche Ding, wo wir nicht hinbeamen sollen. Müssen wir die Karte mal angucken. Jetzt sind wir da. Genau, wir müssen da irgendwie hoch. Daher geht's hoch. Halt. Wir sind hier keine Gegner mehr, ne? Wenn man so drauf geht. Da. Können wir da rüberkommen? So, ich bin einfach mal schnell hier hingerannt. Das reicht dann. Dann beamen wir uns einfach zu den verschiedenen Stellen hin. Das ist vielleicht einfacher. Wir müssen jetzt einmal in die Westgärten sozusagen. Das können wir ja von hier aus machen, glaube ich, ne? Ich weiß aber nicht mehr, was was ist. Muss ich zugeben. Ein paar sind auch kaputt, wie man sieht. Okay, gucken wir mal, was war das hier? Können wir auf die Karte gucken, ob wir das nicht gemacht haben. Okay, jetzt sind wir natürlich wieder ganz woanders. Da wollte ich aber nicht hin. Ja. Jetzt müssen wir die Karte einmal aufdecken. Nochmal. Es gab ja irgendwo so ein... Da ist es. Also wir müssen nicht... Westgärten ist der genau gegenüber. Der ist zerstört, wie man sieht. Nein! Ach, verdammt. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Denn die bringt uns ja nichts. Die können wir ja noch gar nicht besiegen. Das war natürlich dumm von mir. Ja, das ist natürlich noch zu hardcore da reinzugehen und die Versuchung zu besiegen. Will ich auch gar nicht. Ich wollte auch gar nicht rein. Das war ein Versehen. Ach, fang ich wieder ganz hier hinten an? Na gut. Dann müssen wir da nochmal raus. So. Gut. Wir müssen aber hier zum Westgarten hin. Da weiß ich, wo dieses Teil da ist. Was wir brauchen. Das müsste ich doch jetzt auch langsam mal finden hier. Das ist doch verrückt, wenn ich es nicht geschehen kriege. Ja, was war das hier? Acht. So Hirnrissig gelöst hier. Ah, hoch da. Okay. Ja, das kann sich ein bisschen ziehen hier. Na komm. Da brauchen wir das heilige Dings für. Von dem wir geredet haben. Da ist noch irgendwas was anderes drin. Also wir müssen ja irgendwann zu diesen Gärten da hinkommen. Ich weiß bloß nicht, wie. Aber wir können es schon eben hinkriegen. Wir müssen eigentlich in alle Bereiche nochmal zurück. Weil wir überall unsere Sachen wiederholen müssen. Sonst können wir ja gar nicht kämpfen. Warte, ich muss gerade die Karte nochmal. Wo wir sind. Dort. Wir sind da irgendwie rüber. Aber wie kommen wir denn da anders zu den Gärten hin? Sehe ich gerade. Untenrum vielleicht. Könnte das klappen? Wir versuchen es mal untenrum. Zumindest haben wir hier einen Brunnen. Und da könnten wir doch jetzt was reinwerfen. Wir haben ja genug Münzen. Warte mal. Machen wir nochmal. Was immer das ist. Wir haben es bekommen. Okay. Warte. Warte, wir haben gerade geguckt. Wir sind wieder verkehrt hier. Wir müssen noch weiter runter. Hier mal runter. Ich glaube zumindest. Dann sind wir richtig. Noch eine Etage tiefer. Geht das? Guck mal, wir gehen noch runter. Ja. Jetzt können wir das aufmachen. Lockenturm ist auch verkehrt hier, ne? So, man kann auch nicht mal rauskommen. Könnte ja sein, dass es richtig ist jetzt. Der Westgarten, okay. Ja, sieht auch besser aus hier. Ja, guck mal, jetzt passt es auch wieder. So, und hier oben war irgendwo dieses andere Teil, was wir uns einsammeln konnten, glaube ich. Da, genau. Gucken wir, ob wir den Rest noch bekommen. Yes, Heldengrab. So. Das ist unsere Stärke, ne? Was war das? Man konnte es gerade nicht sehen. Ja, ich glaube schon. Darüber komme ich aber nicht. Ne, schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Obwohl es auch cool gewesen wäre. Gut, haben wir auch. Jetzt muss ich kurz auf die Karte gucken, wo wir genau sind, weil dann weiß ich auch, wie das Teil aussieht. Weil wir haben davon einige Städte ja gefunden. So, wir sind genau bei diesem heiligen Licht da. Es muss noch mehr von diesen heiligen Lichtern geben. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich weiß es nicht mehr. Da ist noch eins. Und zwar im Sumpf. Gut, dann müssen wir noch zum Sumpf eilen. Können wir zum Sumpf auch hier rüber kommen? Der Sumpf? Wahrscheinlich nicht. Gut, den Sumpf finden. Ich glaube, hier weiter können wir hier gar nicht machen, ne? Zum Sumpf. Hier durch wieder. Der Sumpf ist ja ziemlich vom Startpunkt an. Ich meine, ich kann mir da ganz gut hinkommen. Wir laufen da mal hin. Halt. Verteidigung war das. Sehe ich gerade. Verteidigung haben wir bekommen. Okay. 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 Ich muss überlegen, wo geht es denn nochmal zum Sumpf? Können wir es auf der Karte noch sehen hier, wo es zum Sumpf geht? Oberwelt. Da unten sind wir angefangen. Da geht es zum Ostwald, zum Bergtor, zum Westgarten. Das muss da hinten beim Ostwald längs gehen, oder? Ich meine ja. Okay. Gucken wir mal. Ist das richtig? Nö. Okay. Alter Begräbnisplatz. Warte mal. Äh, warte. Ähm. So. Alter Begräbnisplatz. Der Frosstum, wenn du da warst. Nö. Ah. Da, der Sumpf. Der Sumpf alter Begräbnisplatz. Da sieht man das doch. Wir sind da. Wir können das Teil auch noch holen. Jetzt müssen wir nur irgendwie da rüberkommen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Sprechen wir mal zwischendurch. Kann ja nicht schaden. Und dann. Alter. So. Okay. Okay, kurz auf die Karte gucken. Ein bisschen da nach rechts. Okay. Hä? Ich blieb bei der Karte nicht ganz so durch. Also irgendwie geht es hier wohl noch irgendwie längs, ne? Ah, okay. Jetzt kommen wir auch hier rüber. Guck mal, woher mich nicht, ne? Okay, gucken wir auch immer noch nicht. Okay, macht keinen Sinn. Ach, scheiß, wie die blöden Fische. Okay. Ist auf jeden Fall noch was? Das holen, ne? Ein süßes Öpschen. So. Also es ist ja richtig da. Wir müssen aber nach rechts, weil das heißt, wir können ja da oben auf die Klippen rauf und von da, ich sehe aber, wo das ist. Das ist ja das Häuschen und dann müssten wir eigentlich nach, das Ding haben wir ja schon eingesammelt. So ein Quatsch. Wollen wir nicht hier hin? Gut. Auf den anderen Karten sehe ich das leider nicht. Ist hier noch irgendwo ein Lichtlein, was wir noch nicht eingesammelt haben? Ne. Hier? Auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nö. Okay. Alles durch. Gut. Aber ich würde sagen, so ein bisschen umhergewandert sind wir ja schon. Machen wir erstmal Schluss für heute. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Basti. Bis dahin. Tschüss. D celebrities. Tschüss.